Musik Ah, wir haben es gefunden. Wie heißt das Ding? Was? Heiligen... Heiligenkammer. Heiligenkammer. Wir sind in einer Heiligenkammer. Heiligenkammer? Heiligenkammer. So, jetzt haben wir es gleich. 800 Meter sind wir davor. 720. 720, gell. Ja, pro Minute 100 Meter. So, jetzt schon auf dem Nebenweg. Jetzt geht es gleich direkt mitten im Wald hinein. Wie weit haben wir noch? 500. 500? So, jetzt geht der hohe, steile Anstieg. Aber... Schritt für Schritt wird es weniger. So, habt ihr es gesehen? Die ermüdeten Gesichter. Nein, da, das schaut auch nicht anders aus. Das war jetzt das anstrengendste bis jetzt. Und da müssen wir hin. Die ersten Bilder mal von da herum. Der Flo hat auch schon was geknipst und fotografiert. Gerhard kommt auch schon. Da ist er. Wo ist er? Da ist er. Alle außer Atem. Heiligenkammer. Aber die haben wir noch nicht gefunden. Die Heiligenkammer, da haben wir noch auf der Suche danach. Wow, das schaut auch krass aus da. Mit den Felsen. Da hängt er drin. Aber es ist nicht wirklich leicht hier. Da oben haben sie was gebaut. Und da unten, so schätzt man, ist der Geocache-Punkt. Da haben wir jetzt gespannt. Oh, schaut euch das an die Felsen. So, und jetzt haben wir zwar die Kammer. Die Heiligenkammer. Die haben wir da jetzt schon mal gefunden. Die ist da vorne. Gut, da kriege ich jetzt da nicht durch. Weil man kommt von der anderen Seite glaube ich richtig schön drum herum. Über den Felsen, über den Graußen. So, und da. Schauen wir mal. Jetzt suchen wir aber erst einmal den Cache. Da, schaut es euch an. Der Flo, da gerade da rein. Und, wie schaut es aus? Wie schaut es denn aus von der Entfernung her? 15,3. Aber durch die Felsen schwankt es halt jetzt hier her, ne? So, jetzt geht es doch einmal runter. Es scheint da hinten nicht versteckt zu sein, oder? Genau. Da hinten drin ist, da ist die Kammer. Und da, man sieht es jetzt richtig gut. Da wächst richtig aus dem Felsen, wächst eine Birke raus. Von jetzt bis nach oben. Und darum sage ich wieder, also die Natur, die weiß genau, was sie tut. Und da unten, da sind die Wurzeln in der Erde drin. Ah, da ist die Heiligenkammer. Ey, das ist ja geil. Schau mal mit dem Stroh, wo es schlafen passt. Wahnsinn, schaut euch das an. Das ist ein richtig schönes Gericht. Schlafplatz, da hinten ist Moos, äh, Moosäucher ist Stroh. Ich glaube, da ist das Flohäusler gewesen. Ja, da, der Flo. Hat schon sein Bett hergekriegt. Im Hintergrund sieht man es. Stroh. Und ein ganz besonderer Stein mit Silber. So, das sind jetzt die letzten Bilder von der Heiligenkammer. Schaut richtig gut aus. Da hat einer so ein richtiges Lager aufgebaut. Ja, aber jetzt kommen wir gleich noch in den Backlern. Aber was ist, schau mal das Ding da hin. Das ist geil, ne? Da muss man außen rumlaufen. Also das ist... Ja, da glaube ich, da ich aber nochmal... Wahnsinn. Also es ist echt der Hammer, was unsere Natur alles nur für uns bereithalt. Und darum sage ich, schätzen, schützen, ja und vor allem auch ehren. Immer mit offenen Augen durch die Welt, durch die Natur und durch die Geschichte. Ja, der schaut gut aus. Der schaut echt gut aus, da. Da bin ich voll der Neihetsche. Gut, dass ich... Ja, geht, danke. Na, passt. Tschüssi. Werenst du den Sting jetzt sah? Wir haben einen Saat noch. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020